ARD Text im Auftrag von Funk Du? Mhm? Sag mal, was hältst du eigentlich von einem Haustier? Äh, ein Kaninchen oder sowas? Zum Beispiel? Kaninchen find ich super. Ehrlich? Ja, in Oliven und viel Knoblauch. Ich sehe, wir verstehen uns. Sag mal, was soll das jetzt mit einem Haustier? Wir sind seit, äh, einer Ewigkeit sind wir zwei verheiratet. Drei Jahre sind keine Ewigkeit. Ja, für dich vielleicht nicht. Also, warum ist nach drei Jahren ein Haustier? Ich dachte ja nur... Sag mal, so ein Kätzchen tut doch keinem weh. Ich sag nur, Katzenhaarallergie. Seit wann hast du eine Katzenhaarallergie? Hab ich nicht. Ich sag ja nur, Katzenhaarallergie. Und wenn ich einen Hund will, sagst du Hundeallergie oder was? Zum Beispiel? Und wenn ich Goldfisch sage, sagst du Schuppenallergie. Das ist doch Blödsinn. Ach was. Sag mal. Sag mal, was hast du eigentlich gegen Tiere? Nix, nix. Wenn sie im Käfig sind, im Fernsehen oder angekettet. Ach komm, du bist doch einfach nur zu faul. Ja, das stimmt. Zu faul, zu fangen, zu schlachten, zu häuten und auszunehmen. Das kann der Schlachter schon besser. Sehr witzig. Sag mal, was soll denn das jetzt? Wo sollen wir denn überhaupt hin mit dem Tier? In deinem Arbeitszimmer wäre doch noch Platz für den Käfig. Was? Und was ist mit dem Gestank? Stimmt. Und daran müsste sich das Tier natürlich erstmal gewöhnen.